So wichtig, dir selber zu vergeben, so wichtig, nicht zu sagen, wieso, weshalb habe ich das gemacht und wieso habe ich mich so schlecht behandelt, wieso war ich nicht für mich da, weil du es nicht gewusst hast, weil du es nicht gewusst hast, weil du das, was ich dir heute erkläre, nicht verstanden hast. Das ist okay, so läuft der Weg, irgendwann mal verstehst du es, dann wachst du auf, das heißt, das große Erwachen, das große wirklich Erwachsensein, herausgewachsen aus der Enge, aus der Kleinheit, aus der Kindmentalität, aus der Überzeugung, dass ich irgendein inneres Kind in mir trage, dass ich trösten muss, ich bin amazing. Ich habe es selbst vergegen geübt, aber die kam noch nicht von Herzen, kann sie auch nicht, du kannst nicht vergeben, wenn du nicht eine andere geworden bist, du brauchst erst die Erkenntnis, wer du wirklich bist und dann kannst du der Person, die noch nicht diese Erkenntnis hatte, die noch nicht erleuchtet war, die noch nicht klar war, diese Version von dir, der kannst du dann mit Mitgefühl und Verständnis gegenübertreten und kannst sagen, ist ja okay, du hast es einfach nicht gewusst.